Ja, mein Name ist Ralf Herges, ich bin der stellvertretende Wehrleiter der Verbandsgemeinde Bernkasse Kurs. Ja, aufgrund der massiven Regenfälle der vergangenen Tage ist es dazu gekommen, dass die Mose logischerweise angestiegen ist. Wir haben jetzt einen Pegelstand aktuell von über sieben Meter. Das bedeutet hier für den Ort Lisa, dass die Feuerwehr den Hochwasserdamm aufbauen muss. Im Allgemeinen sind die Nebenflüsse immer das Problem, wie hier die Lisa. Die Mose an sich sorgt aktuell noch für keine größeren Probleme für die Feuerwehr oder auch für die Bürger in der Mose. Zunächst wird der Damm jetzt aufgebaut, wie wir hier aktuell sehen, auf einem gewissen Stand. Und das wird natürlich regelmäßig kontrolliert und die Prognosen werden auch kontrolliert. Sollten dann Meldungen kommen, dass das Wasser weiter steigt, wird der Damm aufgestockt.